So, heute esse ich meinen Gewinn. Die Zubereitung. Sehr gut. Wir brauchen etwas zum Stechen. Okay. In die Mikrowelle stellen. Vielleicht zudecken auch. Okay. Was war das dann? Aha. 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 600 Grad, 3,5 Minuten. Puh, wie mache ich 600 Grad? 600 Grad. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, Leute. Wow. Wir sind ja so. Wir sind ja auch. Wir werden das uns schon mal. Wir sind ja so. Wir sind ja so.